Howdy Leute, willkommen zurück bei Red Dead Redemption 2. Ja in der letzten Folge haben wir ja so ein Banditencamp ausgehoben. Ich bin dann noch 2 mal drauf gegangen und zum Schluss haben wir noch den Kerl geholt. Wer uns mal ein bisschen was erzählen kann. Wir werden herausfinden, was du brauchst. Ich kann nicht glauben. Ein O'Driscoll, in meinem Kamp. Ich bin ein O'Driscoll, Herr. Ich liebe diesen Mann. Oh, was du sagen? Well done, Arthur. Ich bin einfach entschuldigt, dass wir auf Köln sind. Oh, es ist genug Zeit für das. Ja, okay. Was wir jetzt machen? Wir haben das Feuer und wärmen uns auf. Äh, nein. Nee, möchte ich nicht. Ich hoffe, das ist jetzt einen neuen. So wird die aktiviert. Äh, nein. Das will ich natürlich auch nicht. Automatisch speichern soll er schon. Den soll er halt überschreiben. So. Mission abgeschlossen. Alte Freunde. Sehr gut. Jetzt haben wir hier noch einen Quest-Pfeil. Auf 1 gedrückt halten. Hallo? Wärter nicht. Da drinnen war ja dann auch noch ein Quest zu sein. Ah. Wir werden hier bis zum Tod zu sterben, Herr Morgan. Grüßen. Ja. Wir sind okay. Wir haben ein paar Kanten von Essen und einen Rappen. Für was? 10, 12 Menschen? Wir haben uns immer wieder in der Nase. Ich will nicht wissen, was du in der Nase gekommen bist, Herr Pearson. Wir waren auf der Nase befinden uns 50 Tage. Und du, leider, überleust. Wenn wir weg von Blackwater sind, ich konnte nicht in den Nase kommen. Wenn die Regierung abzüren uns, manchmal, die Shoppen brauchen zu werden. Wir überleust. Wir haben immer. Wir haben immer noch. Wenn es braucht, können wir dich essen. Du bist der schade. Ich schaute Lenny und Bill zu Begrüß und sie haben nichts gefunden. Lenny ist mehr in den Buch zu lernen, als zu begrüß. Bill ist ein Fuss. Unless die Mäste sind voll mit Spiel zu lernen, es ist kein Wunder, dass sie genug gefunden haben. Ich gehe etwas finden. Komm, Arthur. Warte ein Sekund. Hold' auf. Das ist ein Junginn. Mh, lecker. Genau. Okay, geht schon mit. Ein Bild werden wir ja wohl finden. So, ich würde mal sagen, ähm... Okay, wo kann ich jetzt hier... Okay. Ich muss meinen Wungen einnehmen. Okay. Ich bin ein Verzüge. Ich bin ein Verzüge. Es ist noch nicht schlecht. Es wird gut in ein paar Tage. Ich kann nur einen Böden jetzt nicht. Ich hoffe, ich kann. Ich habe es nicht wirklich gut. Ich habe es nicht wirklich gut. Du bist gut. Du bist gut. Also, du denkst, wir werden etwas finden, das zu töten, das nicht kein Driscoll? Huh. Es gibt hier sicher. Pearsen weiß nicht, was er spricht. Jetzt, wenn die Wälder ist ein bisschen, werden sie brauchen. Wir gehen nach hier. Finden wir etwas höherer Boden. Es ist ein paar Tage, okay? Das, das Ride Nord von Blankwater, getting stuck in die Storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Can I take all the Welfe with? Oh, no! I knew, that there were meat problems. And the five Welfe, that there was, that had something brought. Click, click, click. Let's go a bit faster. I'll see some of the ground uncovered here. Let's look down this way. The wind died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. nah- 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 we can get the lake in the back. So, what I wanted to talk to you again. Stop here a second. I see something. Die Richtung, oder? Äh, ich dachte ich hätte ihn. Hm, er muss sich immer drin gewöhnen. So. Äh, da. Ich sehe die Pferdung noch, wie ich das hier noch sehen würde. Sehen würde. Ich sehe die Pferdung. Ah, da ist es. Ich sehe die Pferdung. Ich sehe die Pferdung. Da sind sie. Richtig, das Böse aus, Arthur. Versuch sie in der Kälte oder Hüfte. Richtig und clean. Du kannst du zurück, ziemlich schwer. Du fühlst, wenn es zu viel ist. Gute. Wir sehen, ob du noch einen kannst. Ja, wo ist der andere? Zeit sehe ich. 1 hier. Hm. Hm. wie möchte ich den jetzt da ist Ah! haupt ab wo wir es noch kriegen Na ja, wir haben es auf jeden Fall getroffen. Aber ich sehe es schon wieder. Messer zu Ende, am schnellsten. Ich bin nicht sicher. Ja, ich bin sicher. Das ist gut. also das hat er zu mir folgen kommt es da kommt ja alles klar was mit er nicht drauf machen kackt das da schon wieder hin ja und zurück geht's Ready to head back when you are. Come on then, let's head back. Was? Nice work Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You're fine? I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. Yeah, as I already said, it's just not to shoot back. Sinner and how things were looking a couple of days back. Maybe our left is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak and you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here. Ah, our spurs are still there. We'll also have a big price on our heads. There's a big gun. We'll find somewhere around low. Dutch and Jose will have a plan. Come on, come on, come on, come on. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the Capcoo five minutes to grab the essentials and go. And he doesn't even bring a crema of food. Good to be caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up two more mouths to feed. One more. We ain't feeding the old Driskel a damn thing. Except maybe that can of salt and awful Pearson was kind enough to give us. The girl. She has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the old Driskel for us. Haha. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the old Driskels? You ain't dealt with them? I suppose. Yeah, we ain't run into them much the last six months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well. We've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. Okay. You must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Ah cool! Okay! Raten wir da bisschen was in the 내 head. Here! Off the trail... Hallo? Die Steuerung ist teilweise, ich weiß nicht warum er da so ein bisschen komisch ist. Ich habe mir aber viel zu viel gemacht. Ich weiß nicht, du kannst es alleine fahren, kein Problem. Ich habe das für lange Zeit gemacht. Ich bin fertig. Ich habe immer gefragt, ob jemand will dich in deinem Leben töten. Ich habe immer noch das gefragt, die meisten Nachts. Ich denke, du bist okay. Das suit mir. Natürlich, ich könnte mit einer anderen Gang, aber Dutch. Du weißt, Dutch ist anders. Oh, ja. Dutch ist sicherlich anders. Er macht mich fair. Most of you do. Und für einen Mann mit einem Vater und einer Frau Indianin, das ist nicht normalerweise passiert. Na, wir brauchen dich jetzt. Mehr als immer. Gut. Und wie lange hast du mit diesen Jungs mit diesen Jungs? Warum hast du nicht gewonnen? Ich? 20 Jahre, so etwas wie das. Seitdem ich ein Jungs... 20 Jahre? Ja. Ja. Du weißt, du weißt. Ja. John, auch. Du weißt, du weißt. Du weißt, ein paar andere Dinge. Ich bin Jose. Huh. Ich bin sicher. Dutch saved mich. Er hat die meisten von uns. Das ist das Grund, wir müssen mit ihm sein. Er sieht immer gut aus. Er sieht immer gut aus. Er ist 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 eine neue Pflanze und corrupte. Er hat die Pflanze! Ich bin sehr gut aus. Er ist alles gut aus. Er ist gut. Er will jetzt das. Er hat einen Moment. naja da ist ja der klarer so essen die ist doch der erste lieferin ja würde ich auch gerne ja 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 ganz kurz okay so den hirschrömer auch haben hier gehen wir mal zum Batscher hin Lachter ja 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 ne Oh, die Zerhäuten hier. Wenn das mal wirklich so einfach gehen würde. Ja, wenn du etwas anderes bekommst, bringst du es zu mir. Natürlich. Danke, Herr Morgan. Das war Arthur Morgans den ersten tollen Bisschen, nach all diesen Jahren. Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg. Jeder hat sich ein bisschen tun, um zu überleben zu können. Nur einen guten Stuhl, wenn man es braucht. Es war ein schwieriger paar Tage. Der Hint ist das Viech. Wenige Tage später. Es war ein schlechtes Wochenende, aber Dutch, als Dutch, ist er beschäftigt, um Pläne zu machen. Und Dutch, als Dutch, sind diese Pläne, betrifft die Verbrauchung und Träume. Die Verbrauchung und Träume. Ich will mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here, then? Oh, yeah. Ah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur. I think it's time for the train. You want me to come? Of course I do, but... Look out. I was always ugly Dutch. It's just a scratch. Oh, lieb still, son. Hello, Abigail. Dutch. Jackie. The boy wanted to see you, John. He sees me now. What's left of me? What about you? I guess I was hoping to see the corpse. I guess I was hoping to see the corpse. I guess I was hoping to see the corpse. Why did you tell me? You'll see plenty of water. You're a rotten man, John Morrison. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now. Railwayman. Bill. Now you ride ahead and set the charge at the water tower, just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? By this breaking we could leave. I thought we were lying low. Come on. What do you want from me, Jose? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Jose. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have is in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just... I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly, we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall is no joke, Dutchie. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnet, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch. Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. Hey, we have a train to rob. Everybody! All right. Let's go! Let's go! All right. Let's go! Ciao.